Wozu nutzen Privatanleger Zertifikate? Das ist die entscheidende Frage im Trend April des Deutschen Derivateverbandes gewesen, einer Umfrage. Die Frage ist nun bei Lars Brandau, Geschäftsführer des Deutschen Derivateverbandes, was rausgekommen ist. Wozu nutzen Privatanleger denn nun ihre Zertifikate, Herr Brandau? Ja, da gibt es ja verschiedene Optionen zur Spekulation oder zur mittel- und langfristigen Anlage, zum Vermögensaufbau. All das wollten wir wissen, haben wir abgefragt quasi. Schauen wir uns die Ergebnisse einfach an, teilgenommen haben etwas mehr als 2000 Personen. Was man immer sagen muss, es sind weitestgehend natürlich Selbstentscheider, die da mitmachen. Und was wir sehen, sind über 50 Prozent, die tatsächlich sagen, kurzfristige Spekulationen, das ist das, wozu wir Zertifikate nutzen. Dann haben wir 26,4 Prozent, die sagen zum mittel- und langfristigen Vermögensaufbau und zur Absicherung des Depots immer noch 22,8 Prozent. Also ein gemischtes Bild kann man sagen, das müsste man aber vielleicht doch noch ein bisschen einordnen. Und das wollen wir auch tun mit der nächsten Frage. Es ist eindeutig zu erkennen, ich habe die Grafik auch vor mir liegen, dass es viele kurzfristige Spekulationen gibt. Aber entspricht das dann, Herr Brandau, den Relationen im Gesamtmarkt? Wir haben Assets an der Management, ein Volumen derzeit von knapp, roundabout 100 Milliarden Euro. Davon ist unglaublich viel Geld tatsächlich in Anlageprodukten investiert. 98,5 Prozent der Menschen haben Anlageprodukte und lediglich knapp 1,5 Prozent der Anleger sind tatsächlich im Hebelprodukte-Bereich unterwegs. Also wenn man sich das hier anguckt, das Ergebnis dieser Statistik, müsste man daraus schließen, dass die Hälfte aller Anleger sicherlich im spekulativen Bereich unterwegs ist. Das ist de facto nicht der Fall. Deswegen verweisen wir immer darauf, die Ergebnisse hier, das hängt damit zusammen, dass wir ein hohes Maß an Selbstentscheidern haben, die hier teilnehmen an einer solchen Umfrage. Die Wirklichkeit sieht immer ein bisschen anders aus, aber man sieht, es ist ein Stimmungsbild. Und wir sehen einfach, dass Menschen, die sich mit Finanzprodukten beschäftigen, sicherlich auch etwas risikobreiter sind und dann eben auch, sagen wir mal, etwas kurzfristiger engagiert sind am Markt, während ganz viele Menschen nach wie vor eigentlich sich dem Thema Finanzprodukte bestenfalls mit ihren Beratern nähern, vorsichtig sind, lieber auf Kapitalschutzprodukte sich zurückziehen und auch festlaufende Produkte haben. Ganz herzlichen Dank, Lars Brandau, Geschäftsführer des Deutschen Derivateverbandes zum Trend im Monat April.